Bam. Ich weiß es nicht. Machen wir mal Stummheit. Schnappen wir uns noch ein paar Energydrinks? Gut. Nee. Schlafendes Gruppenmitglied. Nee. Lähmung. Schnapp ich mir mal 10. Wer weiß, was noch kommt. Vergiftung. Hab ich. Augentropfen. Von den anderen finde ich nie was. Sollte man in Zufall Retattoir, oder wie man das drüber ausspricht, aufnehmen, damit man es auch mal so finden kann. Ham. Halt. Oh, so klein die Stadt. Ich glaube, hier erfahre ich nicht mehr viel. Jedenfalls nichts über den Topgold. Und, wie viel willst du? Vergiss es. Die Städte sind nicht zu fähig, geldmäßig im Inn geordnet, so dass es teurer ist, desto später man hinkommt. Weil sonst würde ich einfach mal alle ins abklappern und gucke, welches gerade am nächsten... Nee, kann ich nicht. Das hätte ich von Anfang an machen müssen, ums... Nee, das System funktioniert nicht. Hallo, blauhaarige Elfe. Halt. Ich bin nur auf Kurzurlaub hier. Und was führt dich hierher? Naja, wir sind auf einer Art Weltreise. Weltreise? Das muss schön sein. Ja, es war ziemlich. Mich würde mal mehr interessieren, wo sie herkommt. Halt. Da ist ja noch ein Zimmer. Ich sehe schon, das wird ein großes Sinn. E-Times, E-Times, E-Times. Ich will mehr E-Times. Dann Augentropfen. Gegen die Blindheit. Heiliges Wasser zum MP heilen. Immer praktisch. Noch ein Rubin, den ich wahrscheinlich nie wieder brauche. Halt. Noch nicht in das Zimmer rein. Türkasse übrigens trotzdem schon mal aufmachen. Ein Doppelbettzimmer. Okay, hier ist nichts mehr. Dann mal hier oben rein. Äh. Los, Ellen. Und ein Saphir. Saphir, Saphir, Saphir. Batsch. Batsch, Batsch. Batsch, Batsch. Piu, pu, pu, pu. Oh Gott, noch eine Etage. Und dabei war hinter der Etage, glaube ich, nicht mal irgendjemand, mit dem ich lauern konnte. Fertig. Ich dachte, du wärst von einem Schwein aufgefressen worden? Und dann als Kurthaufen wieder ausgeschieden? Nee, anderes Spiel. Ähm. Reden, 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 reden. Daraus geht es natürlich. Man kann mit dem Fübert reden. Und es macht Muuu. Hey, ein Pferdrand hat hier im Zimmer auch. Schnell. Den Küchendienst. Heute gibt's Pferdefleisch. Hier nix mehr. Und hier auch Wiedernehmer zum Labern. Also das Hotel ist leer. Ja. Ha, ha, ha. G-G-Gustav. Hallo. Na ihr, habt ihr auch das Pferd gesehen? Ja. Wieso steht es hier? Stehen? Alan, das Vieh rennt rum wie was weiß ich. Das steht nicht. Das habe ich mir erhofft von euch zu erfahren. Ha, ha, ha. Okay. Noch ein Unwissender, der sich fragt, warum steht es hier ein Pferd? Mal sehen, ob dieses mysteriöse Ressel jemals gelöst wird. Wir müssen jemanden anrufen. Akte X. Das ist alles. Dum-dum-dum-dum-dum. Okay, ich habe noch eine Artikon, ich habe noch eine Artikon. Nur? Naja, man soll nicht meckern, wenn man trotzdem etwas Geld gibt, denn geschenken Graus schaut man nicht ins Maul. Doch das Pferd, was da unten rett, das will ich ja mal ins Maul schauen. Ich frag mich, was das für Drogen gefressen hat, so wie das da abgeht. Ich wette, es ist Ihr Pferd. Okay, fliegen wir zur nächsten Stadt. Dies wäre hier unten. Mama, ist das dann zufällig auch eine anders markierte, angezeigte Stadt? Dann schaue ich mir erst die andere an, aber davor gucke ich mal in diesem Schloss. Ich würde sagen, wir sollten später nochmal wiederkommen. Okay, dein Wort ist mein Befehl. Level 10. Hier war ich nicht zufällig schon drin, oder? Weil das würde mir gerade so spontan nicht einzahlen, dass ich hier gewesen wäre. Okay, weiter komme ich hier anscheinend auch nicht. Also, Schlange töten und raus und warten Questa für Krieger. Und ich habe für Pentiment zu Pendant. Bei dem Kreishaus fehlt gar nicht mehr Leben mehr, wie wir auch vorzusehen. Also, das Spiel vergiftet, kein Problem mehr. Ja. Tot. So. So. Heute sollte nicht lange den Kampf dauern. Und hier drin würde ich sogar schneller trainieren als bei den 20er Viechern. Ja. Stadt. Komme. 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 Untertitelung. BR 2018